Hallo zusammen, Maya3Signal7 hier. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Juli Vlog 2014 bei mir. Vor genau einem Jahr habe ich festgestellt, habe ich mit den Vlog Videos angefangen. Und so wie ich das an den Aufruf zu verzahlen sehe, sind es auch die beliebtesten Videos auf meinem Kanal. Und darum gibt es jetzt natürlich den nächsten Vlog von mir. Zuerst möchte ich euch mal was zeigen, denn ich habe etwas bekommen. Ich habe ja beim Postkarten-Gewinnspiel von Votlina Likes mitgemacht. Und das landete heute bei mir im Briefkasten. Diese schöne Karte, ich habe sie bekommen von der lieben Steffi von Lady of the Books. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, es hat mich super gefreut. Und gestern sind bei mir auch noch drei neue Bücher eingezogen, die ich euch jetzt mal kurz zeigen möchte. Ich habe ja schon mal erwähnt, sobald es im Gmeiner Verlag die neuen Bücher gibt, das ist zweimal im Jahr, dann fängt mein Geldbeutel immer an zu weinen. So auch diesmal, weil ich habe jetzt knapp 30 oder 40 Euro, weiß ich jetzt gar nicht mehr in der Buchhandlung, ausgegeben. Als erstes habe ich mir besorgt, Manfred Baumann, Drachenjungfrau. Das ist der vierte Fall für Martin Meraner. Die Martin Meraner-Reihe spielte er in Salzburg und hat mir bis jetzt eigentlich immer recht gut gefallen. Der Krimi spielt aber nicht direkt in Salzburg, sondern anscheinend ein bisschen in der Provinz. Schauen wir mal. Dann Michael Gerwin, Andexer Tod, ein Fall für Ex-Kommissar Max Rheenthaler. Band 7 dieser Serie meines Erachtens. Aus der Reihe habe ich euch ja bereits drei Bücher vorgestellt. Und das werde ich euch dann vielleicht auch noch vorstellen, muss ich mal schauen. Und dann, worauf ich mich schon länger gefreut habe, Hermann Bauer, Schnitzlerlust. Der siebte Fall für den Chef Oberleopold. Da habe ich jetzt auch schon reingelesen, gefällt mir gut. Aber anscheinend, in den anderen Büchern war es ja so, habe ich euch ja in den Rezensionen auch gezeigt, dass viele Wiener Begriffe erwähnt und hinten im Glossar übersetzt werden. Das habe ich jetzt in diesem Buch leider noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen schade für dich, weil das hat die Bücher irgendwie immer auch ausgemacht, diese schönen Wiener Begriffe. Naja. Aber wie gesagt, in den Rezensionen werdet ihr mehr zu diesen Büchern erfahren. Dann, Moment doch. War ich neulich auch in der Bücherei. Dort habe ich mir unter anderem geholt, Richard Auer, Hausbock. Aus der Serie habe ich euch ja bereits Teufelsmauer rezensiert. Da habe ich ja erwähnt, dass ich die anderen Bücher auch nochmal lesen möchte. Und das ist eins davon. Dann habe ich mir auch noch ein paar Hörbücher besorgt. Zum einen zweimal Kommissar Kluftinger, einmal Rauhnacht und einmal Schutzpatron. Beide Male von den Autoren gelesen. Und dann ein Donner-Leon-Hörbuch, Verschwiegene Kanäle. Das ist der zwölfte Fall, gelesen von Christoph Lindert. Und dann noch ein Hörbuch. Irgendwie hatte ich es da heute, diesmal mit den Hörbüchern. Gelesen von Miroslav Nemecz, Tod auf der Walz. Das ist die Reihe Tatort-Hörbuch. Da sprechen die Tatort-Ermittler ihre eigenen Fälle quasi. Miroslav Nemecz spielt ja Kommissar Bartitsch. Und eben Tod auf der Walz, das ist immer ein Fall für Leitmeier und Bartitsch. Diese Reihe gefällt mir sehr gut, die Tatort-Hörbücher. Gibt es auch mit Udo Wachtweigleben als Kommissar Leitmeier. Ulrike Volkerts als Lena Odenthal. Charles Brauer. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wie der Kommissar dazu heißt. Aber das sind die ganz alten Hamburg-Tatorte, die ich mir auch ab und zu noch gerne anschaue. Kommissar Stöber, genau, jetzt auch. Beim Tatort meine absoluten Favoriten sind ja Thiel und Birne. Habe ich gehört, soll ja bald ein Kinofilm sogar rauskommen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn die beiden finde ich nur klasse. Von Jan-Josef Liefers soll es übrigens auch Tatort-Hörbücher geben. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gefunden. Aber jetzt ein ganz anderes Thema. Fußball. Und an dieser Stelle, kurzer Gruß nochmal an den Buchtoaster. Ich habe ja da ein Fußball-Video zum Genua-Spiel, glaube ich, war es gesehen. Eigentlich gehen wir Ghana. Mensch. Zum Ghana-Spiel gesehen. Der Tag, nicht schlecht. Ich werde ihn aber wahrscheinlich nicht machen, weil ich jetzt auch nicht so der übermäßige Fußball-Freak bin. Ich schaue es mir jetzt zwar gerne an. Was mich gefreut hat, dass so viele von den Favoriten so früh rausgeflogen sind. Vor allem die Spanier in der Vorrunde schon. Und natürlich sehr schön die Engländer. Da gab es ja auf einem Radiosender dann das schöne Liedchen am nächsten Tag. It's going home. It's going. Football's going home. Oder wo ich auch so lachen musste, war das Bild vom weinenden Ronaldo nach dem Portugal-Spiel. Drunter ist gestanden, alles Müller oder was? Es war gut. Und jetzt zum Spiel gegen Algerien. Habe ich auf YouTube was gesehen. Von Sebastian Reich. Früher auch Pierre Rouby genannt. Das ist ja ein fränkischer Bauchredner. Der mir super, super gefällt. Sie hat eine Nilpferd-Dame dabei. Amanda heißt die. Hier, seht ihr es mal. Das habe ich mal bekommen, wie sie mal im Deckenlauf waren. Ich habe mich weggeschmissen, vor lauter Lachen. Die beiden haben jetzt einen YouTube-Channel. Da gibt es eben ein Video, wo sie beim Public Viewing sind. Einfach herrlich. Gebt mal auf YouTube Sebastian Reich oder Amanda Nilpferd ein. Beziehungsweise Nilpferd Amanda. Ihr schmeißt euch weg vor Lachen, kann ich euch sagen. Nächstes Jahr gibt es ein neues Programm. Mit dem kommt Sebastian Reich dann auch wieder nach Deckendorf. Und, Moment mal. Ticket ist schon besorgt. Also ich sage ja, Deutschland wird Weltmeister. Ich war anfangs skeptisch, aber jetzt bin ich irgendwie davon überzeugt, wir packen das. In den nächsten Tagen wird es dann auch mit meinem 100 Abonnenten-Special weitergehen. Eigentlich wollte ich ja schon letztes Wochenende den zweiten Teil auf der Landesgartenschau gedreht haben. Aber das Wetter wollte nicht so, wie ich wollte. Die ganze Zeit hatten wir strahlenden Sonnenschein. Aber genau am Wochenende, wo ich das Video machen will, muss es natürlich schütten wie nochmal was. War ja klar, dass ich wieder so viel Glück mit dem Wetter habe. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich im Juli auch nochmal ein bisschen beim Uiwei bestellen. Und zwar möchte ich mir ein paar Sachbücher besorgen. Denn ich habe ja zwei lustige Bücher gelesen im Juni, habe ich euch ja im Lesemonat gezeigt, so Erlebnisberichte von Tierärzten. Habe ich im Internet gesehen, dass es noch viel mehr davon gibt, werde ich mir ein paar besorgen. Noch andere so Erlebnisberichte. Zum Beispiel, ich glaube, der Lehrersohn oder wie das heißt. Das lacht mich schon lange an. Und dann habe ich bei Nina Niki was gesehen. Copyman, Erlebnisberichte eines Praktikanten. Solche Sachbücher habe ich mir vorgenommen, möchte ich jetzt dann auch wieder mehr lesen. Ein bisschen Abwechslung zu meinen Krimis immer. Aber wie gesagt, da wird es dann auf jeden Fall mal wieder ein Unpacking geben. Also wir sehen uns bald mal wieder. Meier 3007